Jetzt komm ich hier nicht mal mehr hoch. Ich komm nicht mal mehr hoch. Jo! Wahrscheinlich, oder? Jo! Jo, herzlich willkommen zu Versusplay. Heute spielen Sepp und ich Mario Kart. Gegeneinander, genau. Gegeneinander. Ich bin Rose. Ich bin heute ein bisschen verschnuppt. Und jetzt bin ich auch schon durch. Und ich war sogar länger... Oh, das ist ja... Oh, schönes gelbes Quietscher. Ja, dankeschön. So, wir machen ohne Teams. Mit krassen Items. So schnell wie es geht. Computer auf Normal. Alle Fahrzeuge. Wir wählen coole Strecken aus. Und zwar drei Stück davon. Und dann gewinnt halt der mit den weißen Punkten. Ihr kennt das. Ihr wisst ja, ne? Beim Rennen gewinnt dann der, der vorne ist. Easy Approved. Na gut. Wieso bist du am Anfang denn schon so schnell weg? Das kann ja gar nicht sein. Weil ich den Superstart hatte. Ich auch. Aber irgendwie war deiner ein bisschen geiler. Ich bin der Toad. Ich bin Rosalina. Oh Mann, wie lange ist die eng ist in die Kurve hier, Mensch. Den krieg ich irgendwie nicht. Nö, nimm mir doch nicht mein Ding weg hier. Ey, was ist denn los mit der? Wer denn? Ich? Was du das? Ne, ich bin die Blonde. Oh Gott, jetzt bin ich voll dagegen geheizt. Ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten, das nur einzuschätzen, wo du bei dem Driften genau rauskommst. Ist man unter Wasser eigentlich immer im Hover Modus? Ne, das ist nur. Oh ja. Wer hat den blauen geschickt? Oh ja. Oh ja. Oh nö. Ich habe einfach eine rote verbraten. Oh ne, das war ja richtig kacke. Bist du auch noch Zweiter? Ich war die ganze Zeit Erster eigentlich sogar. Das ist so cool, wenn sowas zustande. Das weiß ich auch nicht. Oh ne. Das ist so meine absolute Hasskurve hier. Boah. Das sind so manche sind halt echt nicht einfacher. Oder schießt einer mit Feuer. Weg. Ey. Och Mann. Mann. Oh, was? Jetzt? Ich bin doch noch platt. Boah. Bei mir läuft es aber gerade überhaupt nicht mehr. Bei mir eigentlich richtig gut. Wird sich vielleicht bald wenden. Das ist blatt. Hoffentlich. Was machst du da für Geräusche? Oh, ich fahre einfach nur gegen Wände. Die ganze Zeit. Dein Controller mal. Ding, ding, ding. Das klingelt mein Telefon, aber ich kann nicht rangehen. Mein Controller-Phone. Den roter Panzer nach hinten macht keinen Sinn. Der verfolgt dann nicht, ne? Den legt mir nur hin, ne? Nee, der kannst doch nach hinten werfen. Ja, hab ich früher auch mal gemacht. Aber dann hat er den hingelegt, einfach auch zu gehen. Das war früher zumindest so. Ey, das kann man nicht sein. Ich kann diese Kurve hier nicht nehmen. Jetzt kommt der blaue. Oh mein Gott. Weißt du, ich wurde gerade bestimmt sechsmal hintereinander mit irgendwas abgeballert. Oh mein Gott. Jetzt kriegst du zurück. Ja, jetzt bist du nämlich echt mit. Ich war die ganze Zeit erst dann. Jetzt bist du mir wieder richtig krass auf. Jetzt überholt sie mich. Ich bin Fünfter. Ja, jetzt bin ich Fünfter. Was machst du denn? Ich wurde, die Leute haben es ja gesehen. Die ganze Zeit weggeklatscht. Also so richtig krass. Richtig verdient. Roter Panzer, roter Panzer. Roter Panzer, roter Panzer. Oh, ich hab die Bombeifahrer geworfen. Ah, ne. Ah, fuck. Immerhin noch auf dem Treppchen, aber vor dir. Das war mir ja besonders wichtig. Schade, dass du dir da deinen Vorsprung so vereiert hast. Das ist wieder das Typische. Da bist du die ganze Zeit richtig gut vorne. Ich fand das echt in Ordnung. War die ganze Zeit erster. Klar. Immerhin einer, der das gut vorne ist. Ja. Was für eine kranke Karre du hast. Ist geil, oder? Richtig crazy. Das war ein super. Der war krass. Ja, ich muss zugeben. Ich hab's ein bisschen verplant. Das ist halt wieder... Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie so einen leichten, unfairen Vorteil, weil ich die Map ja schon mal irgendwo gespielt hab. Ey, willst du mich abschießen, oder was? Aber das ist Quatsch, weil ich weiß nicht mehr, wie die geht. Ja, von wegen. Was sagst du jetzt so? Diese ganz engen Kurven kann man nicht richtig durchsliden mit links und rechts, oder? Ich glaub, wenn du rechts halt... Also, du musst halt richtig krass steil da reingehen, glaube ich. Dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Aber was geht denn? Hier. Das ist richtig geil mit dem Wasserfall einfach. Du machst dich jetzt mal vom Acker. Da vorne kannst du dich auch mal vom Acker machen, na fucker. Wieso bin ich sechster? Ey! Nicht so grob. Wieso denn immer ich? Der war von mir, für dich. Alle immer hier auf mich. Der kriegt auch direkt noch mal einen mit. Oh Gott, ey, ich erfahre gerade. Warum mach ich die Blume? Ich brauch die doch grad gar nicht. Wo ich auch immer die Bombe hinwerfe. Bist du... Bist du... Was möchtest du sagen? Bist du auch so einer, der einfach die ganze Zeit, sobald du ein Item hast, sofort benutzt? Also passiert mir irgendwie total häufig. Ja, eigentlich schon. Tendenz, ja. Oh Gott, ich war so schlecht, das ist der Wahnsinn, Freunde. Wirklich krass. Hoffentlich wird der Sepp gleich wieder weggeballert. Danke. Oh, nö ey. Wahrscheinlich gewinnst du einfach deshalb, genau. Ich bin vorne und du hinten und dann machen die Computer... Du hast die bestochen, oder? Ja, klar. Lass die mich dann einfach alle fertig machen. Den da kannst du durchspammen, das weißt du. Die ganze Zeit Turbo, Turbo, Turbo. Ja, dann fliegt man aus der Turbo raus und dann machen wir einfach weiter. Oha! Was mach ich denn? Da hab ich jetzt die ganze Zeit Turbo, Turbo gemacht und überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Wie schlecht ich fahr! Die Map ist gar nichts für mich, die find ich richtig kacke. Ach, als ob. Ja, weil ich die nicht fahren kann. Ich find die mit dem Wasserfall. Die sieht cool aus, aber das war's doch schon. Was will der denn jetzt? Wo ist der Erste überhaupt? Jetzt komm ich hier nicht mal mehr hoch. Der Erste, der ist Kilometer... Ich komm nicht mal mehr hoch, weil ich klein war. Jo! Wahrscheinlich, oder? Ja! Mein Gott, ey. Jo! Du ballerst mich jetzt wahrscheinlich auch noch weg. Optimal! Nee! Nein! Hä? Gibt's nicht zwölf? Gibt's nicht zwölf? Ja, es gibt zwölf. Warum bin ich denn noch nicht Letzter? Ja, weil einer einfach richtig beschissen. Das war der Letzte. Der hat dich jetzt gerade überhoben. Nein, nein! Hat er ja nicht. Oh, der war ja auch eben schon vor. Ja, noch 10er! Boah, das ist ne Scheiße! Nee, das war kacke. Ich bin total ungeübt in dem Spiel. Wir haben vor der Aufnahme geübt. Ja, wir sind eine Runde gefahren. Ja, ne! Perfekt, wenn das kein hartes Training ist. Ja, ich bin das in Ordnung. Letztes Rennen. Okay, ich bin bereit. Meine Nase läuft auch weiter. Ah, schon wieder die falsche Taste benutzt. Ist das wirklich? Da denke ich immer die Rückentaste ist. Ja, das ist voll schade. Tatsächlich. Ja, geil! Wo fahr ich denn hin? Holy shit! Hol den shit! Hol den shit! Whoa! Boah! Boah! Ich glaube, jetzt kannst du komplett runterdriften. Richtig krass! Guck mal, ich bin kopf, guck mal. Richtig cool. Oh, ich Idiot, jetzt weiß ich erst, wie es richtig geht. Ich bin jetzt erst richtig am Driften. Ja? Ich habe die Rückentaste überhaupt nicht festgehalten. Doch, du hüpfst ja sonst nur, oder? Ja, oh mein Gott. Das muss mir auch einer sagen. Hab ich dir doch versucht zu erklären. Oh man. Oh fuck. Ach, die Map hier ist einfach so cool. Die geht mir richtig ab. Die geht direkt. Boah, ich wäre fast, glaube ich, meine eigene Bauern. Ja, fein, weil die halt nicht langweilig wird, sondern weil es halt echt durchgehend runtergeht. Oh, ich Idiot, weiß jetzt erst, wie man driftet. Ich bin erst am Werf von Panzer nach vorne, das ist super. Muss man auch echt mal gemacht haben. Was ist denn das? What the hell, Alter? Das ist geil, oder? Richtig cool. Oh, du hast alle, ach, du hast das super, Alter, mehr, ja, du hast alles, genau. Ist es random was als nächstes kommt? Ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen merkwürdig, ich hatte das noch nie. Oh, ich Idiot. Wo, wo, wie kam der denn jetzt vor mich? Aus dem Weg. Ach, schade, ich dachte, ich krieg die... Alter, was ist denn das hier für eine Menge? Komm, mir vor, jetzt sind wir schon 10 Runden gefahren. Ah, ist krass, der... Alter, ich kann diese Ecken einfach nicht fahren. Wieso, Leute, wieso drifte ich so hart raus, weil ich so schnell bin gerade? Ich weiß, dass du hier... Richtiger Ratz. Baba, 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 baba. Oha, immerhin habe ich auch mal Glück. Das ist wie bei Wipeout, falls einer Wipeout kennt, wenn man dann diesen... Boah, was war das noch mal? Ich habe auch gerade erst erfahren, dass ich in der Luft mich tatsächlich richtig schweigen kann. Ach, jetzt doch schon Ende. Ja, ja, da ist dann Ende, genau. Ja, das war ja kacke, aber ich weiß es, wie man driftet. Ja, also ich freue mich, dass wir das in der nächsten Folge, wenn wir dann auch noch mal ordentlich alle zusammen driften. Für den Gesamtsieg hat es für mich auch lange nicht gereicht. Aber du bist auf dem Treppchen, das ist ja immer das Wichtigste, mit Abstand sogar. Und wir haben sogar noch ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet. Geil! Geiler Scheiß. Da können wir vielleicht das nächste Mal mit fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war es mit der heutigen Folge Versus. Ich habe verloren, ich opfer. Leider ja. Und deswegen kann ich mich wahrscheinlich wieder verpisten. Ja, ich würde sagen, du machst gut, Izzy, die Tür, du weißt Bescheid, noch ein bisschen Driften üben und nächstes Mal, jawohl, läuft. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Das war es mit ratios. Die Tür ist mit präutenden Band mit Datartла werden. iner Hass Pre io auch mit. Eib verone Michael auch mit barック alguém, staff abusiv und preocupation. Und dann lernte man sich mal in die Handeln. Tipple metallizanz Síg복jaro-Kangmarfer. Es euch beschäftigt auch bei uns. Und dann geht es euch千 digitally mal auf�� T- вс видели Zeitungs. Vielen Dank.